Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderschöne gute Nacht. Ja, wo sind wir denn? Ja, da drüben steht so die Türstraße, aber das ist gar nicht die Frage, sondern die Straße ist gefragt, in der ich jetzt gerade stehe. Ja, dazu kommt dann auch noch ein Witz. Ja, und dann ab ins Video. Ja, worum soll es heute gehen? Heute soll es um, wie der Titel ja wohl schon unquer zu erkennen lässt, um 10 Arten von Motorradfahrern. Tja, jetzt so, nachdem man die Nebensaison durchgefahren hatte, ist man ja verschiedenen Typen von Motorradfahrern begegnet. Und ja, manchmal, aber nur manchmal, kann man sich wirklich nur noch an den Gasgriffe landen. Der erste Typ Motorradfahrer, der ist eigentlich noch gar kein Motorradfahrer, weil das ist der, ja, ich werde Motorradfahrer, Motorradfahrer. Waren wir alle mal. Das sind so die Leute, huch, was liegt denn da? Das sind so die Leute, die sich schon das Motorrad konfigurieren und die Klamotten aussuchen, die geilsten Stiefel, den coolsten Helm, die schicksten Handschuhe und natürlich die geilste Schwabenliederkombi. Ja, solche Leute kennt man ja durchaus im Bekanntenkreis unter Umständen so, oh, du fährst Motorrad, geil, ich auch, ich auch, ich habe mir schon was ausgesucht. Und dann soll man da sein Statement zu abgeben, ähm, ja. Das sind dann so die Leute, die, ja, wenn ich eine GS habe, wenn ich eine GS habe, dann kann ich durch Afrika fahren, bis ans, äh, ich habe eine gute Hoffnung, ist was da? Und ja, die kaufen sich dann am Schluss eine GSX-R, genau, und die suchen sich dann auch noch die besten Strecken aus und erkundigen sich schon mal, ja, wo kann man denn hier so die geilsten Kurven und die geilsten Strecken fahren und sowas. Und ja, man muss natürlich vorbereitet sein, das ist ungefähr genauso wie ich und mein Lotto-Gewinn. Und dann, Kandidat Nummer 2, das ist wieder das ganz andere Ende, das sind die Ex-Motorradfahrer. Ich kenne zwei Ex-Motorradfahrer, die wohnen bei mir in der Straße und ich sage dir, oh Mann, hey, Leute, wenn man so als Ex-Motorradfahrer grundsätzlich endet, dann möchte ich nie aufhören mit Motorrad zu fahren, weil, oh Gott, das sind dann halt die Leute, die nicht mehr Motorrad fahren, aber dafür Autofahren und sich dann deswegen für die Besten halten, ja. Ja, hey, kannst du mal 50 Zentimeter weiter nach vorne, damit dann noch einer parken kann? Ey, du, kannst du da mal kurz wegfahren, weil ich muss dann da mal kurz mein Auto, hä, what? Und, äh, kannst du vielleicht noch ein bisschen näher an den Bordstein ran fahren oder kannst du ein bisschen weiter weg vom Bordstein parken, dass man Kehrwoche machen kann? Junge, das gibt's wirklich, Alter. Und dann erzählen sie dir, wow, ey, früher bin ich Motorrad gefahren, im Jahr mindestens 500.000 Kilometer. Oder, ey, Alter, ich war immer der Schnellste, ich hab alle versägt, ey. Ich, wow, voller King, hey. Und du denkst dir, ja, toll, schön für dich, Vergangenheit. Und, ja, klar, ähm, wenn du nicht irgendeine Rennlegende bist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, juckt mich das herzlich wenig, ja. Schön für dich, wenn du hunderttausende Kilometer im Jahr gefahren bist. Schön, wenn du immer der Schnellste warst, aber jetzt, jetzt fährst du halt Dose, ja. Und nüllst die Leute an von wegen, sie sollen anders parken. Also, sorry. Unglaublich, diese Leute. Ja, also wenn man so als Motorradfahrer, der aufgehört hat, Motorrad zu fahren, endet, äh, äh, ich weiß nicht. Oder sie haben gerade deswegen aufgehört, Motorrad zu fahren. Ja, Ursache, Wirkung, hm. Wer weiß, wie das zusammenhängt. Dann gibt es noch die andere Kategorie, ich sag's mal, das sind die Schizophrenen. Mit solchen bin ich auch schon gefahren. Ja, das war im Schwarzwald, wo sonst? Auf der beschissensten Strecke, so in so einem Fluss, im Bachtal, so rechts die Felswand und links das Gestrüpp und der Bach. Und, ja, ich war irgendwo in der hinteren Position und denk mir, ja, ja, lass die Partnase da vorne mal ruhig rasen, ne. Und, ja, wir heizen da so durch das Tal. Keine Ahnung, ob es überhaupt eine vorgegebene Richtgeschwindigkeit gab. Und dann hieß es dann abends so, ja, Junge, wenn uns da einer entgegengekommen wäre, wir wären echt alle dagegen gefahren. Der Zweite, ja, ich auch. Der Dritte, oh, ich wahrscheinlich auch. Ich denk mir, Alter, warum fahrt ihr dann bitte schön so schnell, dass ihr, wenn ein Gegenverkehr kommt, davon ausgehen könnt, dass ihr da draufknallt? Oder wenn da irgendein forstwirtschaftlicher Verkehr unterwegs ist, dass ihr da nachher draufknallt, ja, also, hä, what? Naja, klar, ich kann mich natürlich der Idiotie nur anschließen, weil ich bin ja genauso dämlich hinten reingefahren. Ja, sicher, da war ich genauso dumm. Jetzt schreite ich gar nicht ab, dumme Aktionen mit hinterherzufahren in dem Tempo. Aber, das war das eine. Tagsüber Sonnenschein, ne, man fährt wie bekloppt durch den Schwarzwald. Und dann, als, wenn es dann mal ein bisschen anfängt zu regnen, ja, und es dämmert, uh, ganz böse. Ja, was passierte dann? 60 steht auf dem Schild, gefahren wird 55 oder 50, ja. Äh, what? Ja, es regnet. Ja, weißt du, mit den Reifen, das ist voll gefährlich, ey. Äh, was habt ihr für Reifen drauf? Slicks oder was? Ja, das sind so, so, echt so, so, Sonnenschein, yeah, ich bin voll der King, Alter, ich check euch alles. Und dann, Regen, ui, 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 schnelle Regenkombi raus und am besten stehen bleiben. Äh, an dem Tag bin ich übrigens, bin ich übrigens auch mit meiner Schwabenlederkombi gefahren, falls sie mich identifizieren möchten. Und, ja, es hat geregnet. Ja, wir sind einfach weitergefahren. Und, wer war als erstes trocken? Alle, die mit Lederkombi unterwegs waren. Brollig, wa? Als wir dann nochmal anhielten und alles zum Gespräch kamen, von wegen, die Schlucht war gefährlich. Äh, guckten die Lederkombi angezogenen sich an. Höh, so hat doch gar nicht geregnet. Wir haben Plastikklamotten, waren noch nass. Naja. Ja, aber das ist so Ding. Sonnenschein, hui, Regen, pfui. Ja, soll man einfach so wie ich fahren, immer im Rehregenmodus. Das ist man immer gleich langsam oder gleich schnell. Ja, der nächste Punkt. Der nächste Punkt, das sind die Artisten. Ja. Artisten auf dem Motorrad. Klar, man kennt sie irgendwelche, wie heißt die? My Link. Äh, die machen mit ihren umgebauten Motorrädern irgendwelche Stunts und sowas. Aber, ja gut. Das Motorrad ist natürlich extra auf Stunt umgebaut und erleichtert die Sache natürlich. Aber, es gibt auch so Leute, die, ja, setzen sich mal eben quer auf das Motorrad oder fahren auf einem Bein stehend oder mit beiden Beinen auf einer Seite durch die Gegend und dann denkst du dir, hä, what? Äh, Moment, der Lenker ist doch vorne, oder? Und so Leute, ja, die fahren natürlich auch ein bisschen gekonnt, wie ich, um die Kurve, weil sie einfach die Fahrzeugbeherrschung haben. Ja, aber nicht in idiotischer Weise schnell, sondern in beachtenswerter Weise schnell. Also sie haben ein Tempo drauf, wo du weißt, okay, die checken das. Aber nicht so ein Tempo drauf, wo du denkst, bist du bekloppt, ne? Und das ist echt so, du denkst ja, Moment, äh, Gas gibt man doch mit rechts, warum sitzt diese Person jetzt so drauf, dass sie mit links Gas gibt, ne? Und das halt natürlich noch, äh, mit irgendeinem Preisenduro. Ja, also. Alle Achtung. Ja. So, was würde ich höchstens mit dem Fahrrad machen, wenn überhaupt. Ich habe ja keinen Bock, mich auf die Fresse zu legen. Naja, also Motorradartisten im normalen Straßenverkehr, wenn die grünen Mäuse nicht zuschauen, gibt es auch, ja? Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Wheelie-Aktionen, ne? Gut, kann man natürlich auch mit einschließen, aber, ja. Motorradartisten. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, und zwar, das sind die, die irgendwie immer, immer das gleiche Motorrad-Klischee gefahren sind. Also die gleiche Motorrad-Type. Also, ja. Was bei ihm quasi gespeichert ist, sagte er, Kurve und schnell, das geht nicht. Ja. Okay, ich meine, gut, ich bin gerade momentan voll prädestiniert darauf, wie man die an der Strecke sieht. Aber, ja. Oder irgendwelche Leute, die halt immer Sportler fahren. Die können halt einfach, wenn du die auf eine Harley setzt, zum Beispiel, bei der Probefahrt, da gibt es Leute, die da denkst du dir, Alter, fährst du immer so? Da siehst du so normalen Motorradfahrer oder irgendwelche sportlichen Motorradfahrer, die können eigentlich ein Motorrad fahren, ja? Ja, dann fahren die auf so einer Chopper, und du siehst, wenn die auf die Ampel zu fahren, äh, 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 gleiche Gewicht halten, ups, ah ja, anhalten. Ja, das sind so Leute, die können irgendwie nur eine Kategorie Motorrad fahren. Ja, und Chopperfahrer, die können halt einfach, die können einfach langsam um die Kurve fahren, ja? Das ist, ja, muss ja auch können. Andere Leute können halt nur schnell um die Kurve fahren. Also so die Kategorie immer nur der eine Typus. An Motorrad fahren. Ja, was es auch noch gibt, ja, ist mir auch schon begegnet. Die Kategorie, äh, wir fahren heute mal ganz gemütlich, also wir fahren eigentlich grundsätzlich immer sehr gemütlich, so durch die Gegend, also kein Stress. STVO gemäß eigentlich immer, also ist alles ganz easy. Und kein Stress, ja? Und da denkst du dir, oh ja, cool, endlich mal, endlich mal normale Leute. Normale Leute, ja, ganz klar. Und dann komme ich halt mit meiner eigentlich normalen Speed Triple und wir fahren da durch die Gegend. Und du denkst dir, äh, Moment, gemütlich habe ich mich jetzt aber anders vorgestellt. Und, ähm, dass man da in die Kurve reinpfeffert und so ein bisschen fast schon wieder Fußraster auf den Boden kommt, das verstehe ich jetzt eigentlich nicht unter gemütlich, ne? Und wenn dann andere Leute halt nur einen Chopper kommen und denken sich, gemütliche Runde, ah, da fahre ich mit. Ja, die fahren dann erstmal in der Kurve, ähm, ein Stückchen geradeaus, hacken dann voll mit der Bremse rein und dann, uh, um die Kurve, ja? Die haben dann auch unter gemütlich fahren was anderes verstanden. Und, ja, das sind also die, die, die echten gemütlich Fahrer und die, ähm, vermeintlichen gemütlich Fahrer. Und dann fährst du mit diesen Leuten und du sagst, wir fahren heute, wir fahren gemütlich. Und dann denkst du dir, what, das ist doch nicht gemütlich, das ist normal. Also normal sportlich oder normal, eher, ja, bisschen, naja, nicht so ganz gemütlich, ne? Ja, diese scheinbar gemütlich Fahrer. Aber es gibt natürlich auch echte gemütlich Fahrer. Dann gibt's noch die andere Kategorie, die ist eigentlich bei mir schon, ja, auch wieder auf der anderen Seite. Die, wir fahren zügig. Hm, definieren sie zügig, ja? Das ist auch so ein Ding. Für die einen ist es zügig, die anderen sagen, das ist doch lahmartig, ja? Naja, die Kategorie zügig Fahrer, ähm, ja, das ist dann so, je nach Region vielleicht, so durchschnittlich plus 10 kmh als StVO. Ähm, ja, Minimum, Minimum plus 10 kmh als StVO, ja? Und da wird dann da durch die Gegend gefahren und durchgezogene Mittellinie? Was? Das ist doch bloß Farbe. Oder, ja, Gegenverkehr? Ach, mir reicht Lenkerbreite. Und, ja, äh, was? Kreisverkehr? Ja, ja, klar, da kann man voll geil Elbow-Track üben. Äh, ja, schon recht, ja. Ich glaube, ich bin dann doch eher die Kategorie ganz gemütlich Fahrer. Und so zügig fahre, ja, wir fahren doch ganz normal, wir fahren immer so. Wo ist das? Ja, mhm, ja, zügig. Zügig ist nicht schnell, ne? Ich möchte nicht wissen, wie schnell die fahren, wenn sie schnell fahren. Also, zügig Fahrer sollte man durchaus nicht unterschätzen. Das sind so Leute, die ein bisschen ihr Licht unter den Schäffel stellen, die sagen, Ich fahre jetzt nicht schnell, also ich kann eigentlich gar nicht schnell fahren. Ich fahre halt bloß ein bisschen zügig, ja. Ja, also, so gesehen kann ich mich nicht als zügig Fahrer bezeichnen. Das ist dann bei mir schon, ja, Angstschreifen in der Hose. Fahrer, also wenn ich dann mitfahre, ja. Ich sage dann, ja, ich gucke mal, ob ich hinterher komme. Oh Gott, können wir gleich Kaffee trinken gehen? Oder Valium oder Baldrian-Tee? So eine kleine Baldrian-Mund-Spülung? Ja, hm. Ist also manchmal doch etwas anstrengend, so zügig fahren. Zügig, meine Fresse, ich dachte, wir fahren zügig. Und dann war es dann doch schnell. Naja, klar. Ist für jeden so sein persönliches Wohlfühltempo unterschiedlich. Zügig Fahrer. Langsamfahren gibt es dann auch noch, ja. Das ist dann so die Abteilung Minus 10 kmh StVO. Oder, ähm, ich wohne hinter einem LKW. Aber so, du denkst dir, sag mal, sind Sie verdeckte Ermittler von der Polizei? Oder warum fahren Sie hier 45, obwohl hier 50 erlaubt ist? Hä? Und es ist kein Motorroller, ne? Und so Leute, die, ich fahr hier nach StVO, was die anderen sagen, ist mir scheißegal. Äh, ja, klar, kann man machen. Ja, sollte man machen, vorschriftsgemäß fahren. Aber, ja, lass dir ein ganz dummes Beispiel einfallen, wo alle behaupten, sie halten sich an die Regeln an, dann tun sie es doch nicht. Ja, wie zum Beispiel bei der Abgasregelung. Ja, uns? Nö, wir machen alles regelkonform. Oder Formel 1, wir machen alles regelkonform. Und was nicht drinsteht in den Regeln, war nicht verboten. Ja. Also, ja, man kann es halt auch übertreiben mit regelkonform fahren, ja. Aber oft sind halt auch so diese regelkonformen Fahrer dann so die Leute, die halt, ja, einen scheißlauten Auspuff haben. Um zu beweisen, dass ich könnte, ich könnte euch alle fertig machen, aber ich bin so cool, ich mache es nicht. Naja, ähm, aber manchmal denken sie, ja, fahr doch einfach, fahr doch, kusch, kusch, fahr doch. Aber es wird halt nicht gefahren, nein, weil man so cool ist. Äh, 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 ein weiterer Kandidat, ja. Das sind die Leute, die irgendwie kein Glück haben auf dem Motorrad. Ob mit dem Motorrad an sich oder mit der Fahrerei. Das sind so die Pechvögel. Da fragt man sich dann auch manchmal, hm, was macht der Mensch? Womit hat er das verdient? Warum? Warum? Der macht nichts, der tut nichts, der beißt nichts, der pisst hier nicht an die Kette. Aber, eben verrecktes Motorrad. Man fragt sich, was hast du gemacht? Ich hab bloß, und du denkst dir, hä, what? Und, oder die Leute stehen an der Ampel, bin bei nicht wohl, stehen an der Ampel und werden von hinten gefickt. Ja, verkehrstechnisch. Und du denkst dir, warum, hä? Was haben die falsch gemacht? Was haben sie in ihrem früheren Leben verbrochen? Hm, ja. Das ist manchmal so, das kannst du nicht mit Logik erklären, sondern da musst du echt ins Esoterische gehen. Ja, aber es gibt so Sachen, da denkst du dir, hä, wie kann das passieren? Und warum bei denen schon wieder? Ja, du weißt, dass ich dich meine. Nicht jeden einen Motorradfahrer, den es irgendwie immer trifft. Ja, was es dann auch noch gibt, das ist die Kategorie, wo man einfach sagen kann, Idioten. Ja, Idioten. Und solche gibt es halt auf YouTube und unter anderem, nicht nur. Und die sind halt sehr erfolgreich. Ja. Solche Idioten, da denkst du, Alter, die können nicht ihre Abonnenten haben durch Vorbildfunktionen, sondern einfach nur durch ihre Dummheit, über den Scheiß, den sie machen, ja. Unterhaltung. Ja, das sind so Leute, die machen halt, ja gut, jetzt nicht ausschließlich YouTube, ne. Aber es gibt so Leute, die machen halt Wheelie in der Innenstadt, wo, wenn halt was abfliegt, ja, mal eben die Einkaufspassage-Massaker hat. Wisst du? Oder Leute, die halt Burnout machen, so in der Innenstadt auf dem Zebrastreifen, und da denkst du dir, was soll die Scheiße, ey? Oder wenn sie dann meinen, sie müssten extra im Leerlauf an der Ampel machen und denkst du, Alter, du bist so ein Arschloch. Weißt du, was du gerade machst? Du pflegst gerade voll das Image der Arschloch-Motorradfahrer. Ja, und dann wundern sie sich. Ja, Strengensperrung, ey, voll böse, ey, Alter. Wir machen doch gar nichts, wir wollen doch noch ein bisschen Spaß haben. Ja, ist schön. Ja, das Kind, das bei dir im Haus wohnt, möchte auch Spaß haben, wenn es abends um 10 Uhr wie bekloppt durch die Bude rennt und dich vom Schlafen abhält, ja, weil du morgen früh um 4 Uhr zur Schicht musst, ja. Aber das Kind will doch auch nur seinen Spaß haben, da darfst du doch nicht böse sein, du warst doch auch mein Kind, ja. Und dann denkst du dir manchmal, Alter, solche Leute wundern sich dann, wenn man ihnen mal sagt, dass sie ein dummes Arschloch sind oder ihr Nachbar ist ihnen sagt, dass sie ihre Kackmöhre mal mit einem tüftgerechten Auspuffer sehen sollen oder dass sie halt mal nicht ihren scheiß Wheelie in der Fußgänger-, oder nein, nicht in der Fußgängerzone in der Spielstraße, ihren Fuß Wheelie nicht ziehen sollen, ja, mmh, toll. Echt so die Abteilung Idioten. Die gibt's auch ohne Kamera, ja. Und dann musst du an die Beatles denken, let it be, let it be, lass einfach sein, du dummes Sau. Ja, das waren, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, die 10 Arten von Motorradfahrern, klar. Man könnte jetzt natürlich auch noch irgendwie die 11. Kategorie einfügen, die nur auf der Rennstrecke fahr, Motorradfahrer. Oder die 12. Kategorie, die nur im Sommer fahr. Oder die 13. Kategorie, die das ganze Jahr über fahr. Oder irgendwie die Langstrecken fahr. Und so, äh, keine Ahnung, vielleicht im nächsten Video. Aber ja, es ist ja schon irgendwie so, dass sich, äh, aus jedem irgendwie dann schon gewisser Weise ein Motorradfahrer rausbildet, ja. Ja, ja, und damit erstmal ab in die Auflösung von dem Pro-Quiz. Ah ja, Popeye, da ist das hier in der Scheißstraße. Ja, ja, wo waren wir am Anfang des Videos? Am Anfang des Videos waren wir bei der Solity-Straße. Und die geht hier über in die Kreuterstraße. Hm, was ist daran jetzt witzig? Witzig ist daran, dass mir jetzt ein Witz einfällt. Und zwar der, was wäre, was wäre ein lustiges gewesen, wenn Adolf Hitler nicht Hitler gehiesen hätte, sondern Kreuter oder Kreuter. Dann hätten sie alle geschrieben, Heilkreuter. Geistiger Fußpelz. Aber ich finde es irgendwie lustig. Heilkreuter. Äh, what? Und wenn man dann heute ins Reformhaus geht, ja, haben sie ein paar, oh, ganz böses Wort, Heilkreuter. Äh, ja, ich weiß, Kalau, Kalter, äh, Schuss in den Ofen.